guten morgen leute es ist recht früh um genau zu sein halb acht für mich ist das sehr früh manche leute denken sich so um die zeit die ich zur schule annika ich dachte mir ich gebe euch nach fünf monaten ruhepause auf meinem zweiten kanal auch mal wieder ein update was eigentlich in meinem leben gerade eben so los ist das problem ist es war nichts los zu sehen habe ja nichts gefilmt ich bin jetzt auf dem weg nach münchen von da aus fahr ich dann nach köln weil ich da unter anderem bei einem podcast eingeladen bin und die konzertkarten der bus kommt in mein zug geht zwar eigentlich erst um halb elf aber nachdem dies im halben anfangen muss zu arbeiten also zu kellnern habe ich mir gedacht ich gehe mit und frühstücke noch weil nach meinem zehn stunden bahn erlebnis steige ich jetzt nur noch in die bahn wenn ich mir einen sehr sehr vollen magen habe und nachdem diese mir auch alle klamotten von mir besitzt kommt es irgendwie des öfteren vor dass wir aus versehen beide dasselbe anhaben was die leute sich denken müssen so ich jetzt frühstücken es ist ungefähr so groß vorhin war mir schlecht weil ich frühsport gemacht habe ohne essen im bauch und jetzt ist mir schlecht weil ich zu viel essen im bauch hat und ich diese hat mir noch was zu essen eingepackt falls man zu wieder zehn stunden braucht um vier stunden strecke die falls nach köln wie gesagt bin ich nämlich jetzt gerade eben also ich bin noch nicht gerade eben sondern gleich beim podcast der nennt sich busenfreundin wollte ich eigentlich erzählen zehn sekunden vor mir aufgefallen ist dass ich meine konzertkarten vergessen habe ich verlinke euch den wenn dann unten in der video beschreibung wenn der vlog erst dann online kommt in der podcast auch online kommt dann könnt ihr euch den podcast auch anschauen jetzt muss ich gucken welche nummer wo ich hin muss eine kleine story muss ich jetzt aber noch erzählen wurde gerade eben von einer jugendärme angehalten die gerade eben gearbeitet hat glaube ich und halt leuten die halt passanten die halt vorbeigehen glaube ich irgendwas verkauft oder sie halt anbieten wollen und ich dachte ich muss halt jetzt wirklich zu dem podcast macht mir so nicht muss zu dem termin wollte weitergehen sie so ja ja warte kurz ich wollte fragen wo du deinen pulli her hat nicht so das ist so also mein eigener quasi und sie so wie dein eigener und dann meinte ich aber ja okay aber den gibt es nicht mehr das ist eine sonderedition gewesen ich habe jetzt aber noch 20 zu hause und dann habe ich sie gefragt ob sie mir einfach ihre adresse geben will was im nachhinein betrachtet ein bisschen komisch rüberkommt aber dann habe ich gesagt dann schicke ich einfach einen zu hat sie sich gefreut und irgendwie freue ich mich auch gerade wie war dein outing und schwupps ist es auch schon wieder dunkel ich hoffe man sieht mich überhaupt wir haben jetzt ewig lang gequatscht irgendwie eine stunde lang podcast aufgenommen ich meine ihr habt das auch gesehen war auf jeden fall mega cool hat mich richtig gefreut ich verlinke es euch in der video beschreibung jetzt kommen wir auch eigentlich zum eigentlichen thema vom blog ich gehe jetzt an einen ort an dem ich nächste woche wohl fest leben werde ich ziehe nämlich nach köln die information habe ich jetzt hat irgendwie so einen monat lang zurückgehalten aber jetzt ist es zeit es zu erzählen und jetzt geht es gleich mit wem ich überhaupt zusammenziehe und wohin tschüss ist so schön dann kommt der blog auch erst online wenn ich schon hier wohne lustig guck mal da ist aron ich freue mich bin richtig 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 lust auf köln ich weiß noch gar nicht was ich jetzt noch groß sagen soll der boden muss auf jeden fall geputzt werden guten morgen das war laut oh mein gott annika es ist offensichtlich der neue tag ich war gerade eben duschen habe auch gerade eben das ok video für weiß nicht welche woche hochgeleucht fertig geschnitten hier das exportiert gerade eben und jetzt mache ich mich eigentlich auch schon wieder in einer halben stunde gehe ich dann noch mal zu maiki also quasi in meine neue wohnung und mess noch ein bisschen was aus falls ich dann doch irgendwie maße brauche und mir überlegen muss was ich denn jetzt überhaupt aus meinem alten zimmer mitnehme und was nicht haare kletten muss ich auch noch fertig dann pack ich wo scheiße jetzt ob ich ein fleck was wollte ich jetzt erzählen eigentlich wollte ich erzählen dass ich jetzt zu maiki das war es süß bei dem mikro süß wir waren jetzt gerade eben noch essen und jetzt wird ausgemessen oh das hat sich gereift und louis ist auch schon da hallo was für ein video drehst du ein blog kündigst du es schon an warum geht ihr denn nicht einfach drei meter als schritte ich sag dreieinhalb vier ich sag vier drei drei dreieinhalb warum machen wir das nicht auf dem boden ich will auch rausgucken und ich mag vorhänge verlieren so viel ist jetzt auch da guten tag muss meine kamera übrigens bei dem auto lassen weil sonst kriege ich mir ständig ärger dass ich dann nicht filmen darf deswegen werde die jetzt nicht dann auch noch noch handy aufnahmen bekommen und dann ist der blog auch schon eigentlich vorbei spannend ich weiß hallo guten tag auf jeden fall hat jacy gesagt i'm the happiest girl alive und dann habe ich irgendwann sondern was so voll ruhig und habe ich gesagt so same und das hat sie gehört und dann meinte sie so ich dachte so das war nicht so laut naja anscheinend war es doch laut und dann meinte sie so who said that und dann haben die beiden auf mich gezeigt und ich wurde so ultra rot ich also keine ahnung gar nicht gesehen weil es einfach fucking dunkel war ja aber trotzdem ich habe das gespürt dass ich rot war so ja und mir wünschen mir viel glück dass ich diesen blog vielleicht zeitnah hochlade was wahrscheinlich wird wahrscheinlich nicht passieren aber okay